So, in der Folge ist die Kommunikation etwas Neues gekommen. Okay, das heißt wir werden bald abgeholt, aber wann? Hoffentlich nicht allzu spät. Da hatten wir, ob wir das Problem haben. Hier habe ich das. Ja, aber. Ach, ähm. Ah, da ist ein sehr schnelles Wischung. Ah, da, 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 da. Kommt man das hier bauen oder war das? Hm. Ja, Kabel-Satz, das braucht man für den Kabelsatz. Silber. Silber hatten wir. Nur einmal. Ich bin halbwegs für das Metall, deswegen. Ich würde sagen, geh aber schnell hier in die Höhle hinein. Höhle fahren. Welcome aboard, Captain. Tun. Nicht das hinein, sondern das. Ne. Ich bring ja eh nur vier. Was passiert mit dem Essen? Gut. Was bist du denn, Feier? Alien-Liveforms, may have unexpected applications. Utilizing Alien-Resources is a proven survival strategy. Wie kann ich mich denn desinfizieren? Ich werde mit dem Fisch bringen, das ist gut. Ahhhhhhhhhhhh, aus Blasenfichten macht man gefiltertes Wasser. es ist gar nicht mal so blöd und schlecht batterie kopf Kupfer, Titan. Was brauchen wir für eine Batterie? Säurepilze und Kupfer. Zwei mehr Kupfer. Aber doch bestimmt. Kupfer. Kein Säurepilz. So, Kupfer. Was? Ein Säurepilze. Zwei mehr Kupfer. Bisher haben wir noch einen Kupfer hier. Halt die Tauern. Zurück ins Quarz. Kreaturen. Ei. Schade. Puh... Zwei mehr Kupfer. Das ist eine Kupfer. Wir haben immer Dость. Äh! Das ist ein Kupfer. Bis zum nächsten Mal. Benutzt! Quatsch, warum stimmt er dafür? Ja, das stimmt. äh 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 30 seconds 40 15 15 15 16 21 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Okay, wir gehen mal wieder. Hier rein. Und dann auf jeden Fall da mal hier, ah nee, dann mal hier so hin und dann mal hier einen. Okay, ein Kommunikator hier hin. Aber das, das, ja, das machen wir noch. Kabelsatz, ja gut, Kabelsatz. Was wollte ich denn dann hier? Okay. Okay. Gut, dann können wir das trinken. Und wir werden sehr gut stellen. So gut. Perfekt mitleben. Achso, dafür habe ich das... Ah. Okay. Ich habe das Setzprin. Willkommen, Captain. Zack. Wie sah denn diese Tichkorallenprobe aus? Ich werde aber suchen, wo die Tichkorallen ist. Ah, perfekt. Was ist die Tichkorallen? Die Röhrenkorallen. Ach, das ist natürlich korrekt. Was ist die Tichkorallen? Was ist die Tichkorallen? Was ist die Tichkorallen? Die Taschen haben sowas auch, die man machen könnte, weil es echt dunkel hier. Was ist die Tichkorallen? Was ist die Tichkorallen? Was ist die Tichkorallen? Was ist die Tichkorallen? Was sag ich schon? Die heißen die? Ja, Schwanz springen. Wind. Wind. Erbuch! wahrscheinlich muss ich echt in diesen höhen weil da gibt es die meisten zum meisten Oof. Das sehen wir wieder in die Hülle geben. Schaut am besten in die nächsten Folge rein. Hört rein und ciao.